Willkommen im Ambienthotel Panoramik, wo Ihr Urlaub geradezu magisch wird. Hier erwarten Sie völlig kostenlose, exklusive Dienstleistungen. Frühstück auf dem Zimmer, von der Sonne geküsst, mit Blick auf das Meer. Sparen Sie Platz in Ihrem Koffer. Um die Strandtücher haben wir uns schon gekümmert. Erfrischen Sie sich mit einem Bad im Meer oder einem Sprung in unser Schwimmbad direkt am Strand. Genießen Sie es, unsere Spezialitäten am Strand zu essen und auf das Meer hinaus zu blicken. Erkunden Sie mit dem Fahrrad die Stadt. Halten Sie sich im Fitnesscenter der neuesten Generation in unmittelbarer Nähe des Hotels in Form. Und außerdem ganz viel Ruhe und unzählige Verwöhnmomente im Whirlpool, auf der Sonnenterrasse, mit Blick auf den unendlichen Horizont. All dies ist bei uns inklusive. Wir freuen uns schon auf Sie. Schmeier Geschmack Schmeier